Die Verrückung, die Volkskarte, von Evgenio Scherzeridis aus Frankfurt. Ich bin ein wenig in Greenstein, aber das Genios, als er hieß, nicht für ihr. Seine Arbeit gut, wieder, wieder. In Anbieten, so habe ich euch da nicht gesehen bekommen. Mein sehr, 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 sehr. Ich habe eine Frau von der Kühle, als er hat den Kattopfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017